Was soll das? Ich soll dafür zahlen, bei Ihnen an der Kasse zu stehen? Was soll denn dieser Quatsch? Sind Sie jetzt völlig verrückt geworden? Hier muss sich einiges ändern, mein Lieber. In Zukunft werdet ihr für jede Art von Unsinn, den ihr hier veranstaltet, bezahlen. Ach, 10, 19 und 20. Hier bitte sehr. Damit dürfte mein ganzer Unsinn-Bittlichen sein. Ach ja, und hier sind noch mal 50 Cent extra fürs Schuhbinden. Äh, Sponge?